Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Neuss, Rheinkreis. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 80 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 800 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017